Hallo, wir sind die White Ops. Diesmal in dem Keller, der überflutet war, aber heute ist etwas weniger Wasser und wir werden nun den Kanal erkunden. Erstmal gucken. Der Kuma-Hergang. Man sieht die ganze Zeit mein Wortmeld. Das geht gar nicht. Nun gucken wir in den Nebenraum. Kannst du kurz die Tür aufhalten? Ja, komm gut. Ich kann dir was fluten. Das ist alles viel höheres Wasser. Soll ich mal hin? Ich glaube, war schon noch da. Ja, kennst du nicht. Da hinten ist eine komplette Eisfläche dabei. Aber ich glaube, wir können auch von außen drücken. Soll ich mal hier rüber? Ja. Ja, die haben wir jetzt ja nicht mehr als hier. Naja, okay. Dann kommen wir hier hin. Hier ist etwas Blüter. Das wächst genau. Ja, gut. Ich warte auch gerade etwas mehr. Okay. Ich tealiert mal. Alter, hier sind komplett neue Lampen. Hier ist es wieder trocken. Hier ist es komplett trocken. Das ist wirklich auch. Wieso da oben in diesem Scheiß kann ich nicht los sein? Ja. Hat mich der Keller interessiert. Hat mich jetzt für Scheiße nie. Der hat andere Brüder eigentlich. Okay. Aber wir müssen die Gelegenheit nutzen. Ja, das haben wir super. Was ist das für ein Raum? Ja. Ich gucke das doch. Ganz interessant. Ja. Jetzt gucken wir hier links noch mal. Dann sehe ich noch einzelne Froschen. Das ist jetzt so eine Art Ofen. Was meinst du? Ja. Ja. Das ist ziemlich schwarz alt. Ja. Nein, Daniel. Gibt es auch noch? Kurzes Papier noch. Das ist nichts. Ne. Hier geht es wirklich immer weiter. Alter, hier ist eine alte Panzertür. Oh, nein. Da gehe ich noch hin. Da ist ein Fall ab Wasser hier. Hier ist es wieder trocken. Boah. Alter, hier ist ein riesiger Ofen. Krass. Alter, hier ist eine riesige... Abwasserkanalisation oder was das ist. Alter. Das ist interessant. So ein riesiges Abwasserrohr nach oben. Da passen zwei Leute, die sich rein. Kurz. Wo bist du? Ich stehe hier in dem Raum, wenn ich jetzt rausgehe. Ich gehe auch gleich raus mit dir. Hier ist es komplett trocken, wenn du hier lang gehen willst. Nein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020